Oh hallo, das ist ja ein Zufall, dass ihr da seid. Hallo, willkommen. Ich habe euch ja im letzten Video versprochen, dass ich euch unser Haus zeige. Hinter der Kamera ist Simon. Ja, da bin ich. Kevin, Paul. Hallo, Kevin, Paul. Und das ist unsere Villa. Ja, hier sind wir für einen Monat. Die zeigen wir euch jetzt mal ein bisschen. Und ich bin ganz aufgeregt. Ich mache mir in die Hosen. Danach kann ich euch auch noch sagen, was das Ganze kostet, weil das bestimmt auch für die einen oder anderen interessant ist. Und wenn wir weg sind, kann ich es euch sogar auf Instagram eigentlich verlinken. Kannst du machen. Dann kommt mal herein. Let's go. Ja, also eigentlich sieht man das meiste schon, wenn man reinkommt. Das ist unser Wohnbereich mit Pool, der sehr schön ist. Kevin und Simon spielen da sehr viel drin. Mit unseren Taucherbrillen. Hier sind zwei Liegen, wo man sich freuen kann, wenn man will, oder auch verbrennen kann, weil hier ist es sehr, sehr warm. Dann ist das unser Wohnbereich. Hier arbeiten wir. Simon, Kevin und Lisa sitzen meistens an diesem Tisch. Und ich sitze da hinten auf dem Sofa, weil ich weiß, kriegt ihr keine Rückenschmerzen hier? Doch. Ich habe einen Tag hier dran gearbeitet auf der Bank und ich hatte so krass Rückenschmerzen. Ihr müsst ja alle mal eure Rückenmuskulatur ein bisschen trainieren. Wie machst du das, Kevin? Ja, zeig mal. Ich habe Fitnessstudio. Zeig mal. Kannst du uns eine Übung zeigen? Ich habe ja kein Fitnessstudio hier. Das musst du an dieses Gerät, an den Lattzug und dann so machen. Könntest du dich theoretisch jetzt an so einer Treppe hochziehen? Ich glaube, das kriege ich wohl noch gerade so hin. Boah. Insgesamt muss ein bisschen pumpen gehen. Also so eine. Ich muss Boss-Transformation machen. Ich kann auch mehr, aber das ist mir jetzt peinlich. Hier ist auf jeden Fall unser Wohnbereich. Das ist theoretisch das Wohnzimmer. Als ich mir das Ganze auf Airbnb angeguckt habe, habe ich mir das ungefähr so vorgestellt. Nur, dass ihr beiden das auch wisst. Wir hier eigentlich so jeden Abend sitzen und einen Film gucken. Aber das passiert gar nicht. Weil wenn man auch einen Film guckt, hat man Bock in der Klimaanlage zu stehen. Ja, aber trotzdem, das Sofa ist sehr, sehr gemütlich und es ist sehr, sehr schön hier. Gehen wir mal zur Küche. Was passiert denn hier so? Und hier wird viel Kaffee gekocht morgens. Ja, aber das ist auch zumindest das Einzige wasch gekocht. Ja, weil man hier halt sehr, sehr günstig und sehr, sehr gut essen gehen kann. Was ich persönlich am allercoolsten an unserer Küche finde, ist die Wassermaschine. Da kommen nämlich solche fetten Gallonen rein. Die kommen da rein und dann hat man hier drei verschiedene Optionen. Heißes, normales und kaltes Wasser. Und das ist richtig cool, weil das Kalte ist richtig eiskalt. Und ich liebe eiskaltes Wasser. Und das heiße Wasser ist heiß genug, dass man einen Teebeutel reinmachen kann. Ansonsten haben wir hier noch so Reiskocher, einen kleinen Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank. Wollen wir Ihnen zeigen? Ja. Wir mögen gerne reife Bananen. Vielleicht mache ich später mal einen Smoothie. Ist hier eigentlich was drin? Edamame. Oh mein Gott, ja. Das ist eine der wenigen Dinge, die Simon hier schon öfter gemacht hat. Die auch selbstgemacht viel geiler schmecken, weil die richtig frisch aus dem Pott kommen. Hier oben haben wir noch so ein paar Sachen. Ach so, du kannst mal diese scharfen Chips noch zeigen. Alles, was sehr scharf ist, ist sehr beliebt bei den beiden. Das sind Ghost Pepper Chips. Ghost Pepper, für alle, die es nicht wissen, ist die schärfste Chilischotte, die es gibt. Hier sieht man auch eine kleine Skala. Und da sind Scoville. Das ist so wie Schärfeeinheit. So wird das gemessen. Eine Million. Eine Million. Zum Vergleich, eine normale Jalapeno hat 8000. Ja, und der Kevin und ich wollen die eigentlich noch probieren. Eine Sache will ich übrigens noch sagen. Ich bin sehr doll inspiriert von diesen Lampen. Ja, das finde ich auch sehr geil. Ich finde die so geil. Ich habe auch letztens, hier gibt es voll viele Geschäfte, wo man die kaufen kann. Ich habe echt überlegt, ob ich irgendwann, wenn ich mal wieder eine Wohnung habe, das so nachbaue. Weil ich, ja okay, dafür braucht man noch so eine Ruhe, dafür braucht man einen Loft. Aber geil sind die, mir gefallen die auch. Ah, wir können eigentlich mal nach oben zeigen. Ja, stimmt. Bevor wir in die Zimmer gehen, zeigen wir euch mal oben einen Bereich, den wir gar nicht nutzen. Leider, weil man daraus eigentlich viel mehr machen könnte. Ja, und dann ist hier wie so eine kleine Terrasse noch. Aber das Einzige, was hier steht, ist eine Massageliege. Ja, wir benutzen das halt nicht. Und eigentlich wäre es nice, hier so ein paar Sitzsäcke oder noch so eine Chill-Area draus zu machen. Fände ich ja auch besser. Und jetzt zeigen wir euch mal unser Zimmer. Und von hier oben hat man natürlich auch eine schöne Aussicht nach unten. Okay. Ja, da kommt man rein in unser Sex-Hotel. So, das ist unser Zimmer, also das von Kevin und mir. Großes Bett, die Dinger sind ganz geil. Also, because of Moskitos. Das kann man abends dann einfach so losmachen und dann ist man geschützt. Aber tendenziell sind wirklich extrem wenig Mücken hier unterwegs. Also, ich kenne das noch vor allen Dingen aus der Regenzeit, dass wir den ganzen Tag eigentlich nur mit Mückenschutz beschäftigt waren. Ja, aber wie gesagt, vermehren die sich ja auch wie Menomiten. Oh, Schatz. Ja, okay, du bist einer. So, ja, dann haben wir hier so eine Kommode, so ein Sideboard. Das ist unsere Dreckwäsche. Technikschublade. Hier ist unsere Technikschublade. Dann, ja. Ein Rucksack. Ein Rucksack. Ich mag das nicht, wenn das Gepäck so... Okay, noch ein Rucksack. Hier ist Kevins Klamotten. Kram. Ich stehe am Flughafen, Leute, und sage, Kevin, wie ist dein Rucksack so schwer? Und dann sagt er so, ich habe die Herr-der-Ringe-Triologie mitgenommen. Für was? Zum Lesen? Hast du schon irgendwas... Kannst du auch... Noch nicht eine Seite gelesen hier. Und Kram. Eine Million Nahrungsergänzungsmittel, wovon ich noch nicht eine Sache genommen habe. Ja, was ich über meine Herr-der-Ringe-Trilogie bestelle... Ja, ich dachte, ich würde das alles... Was ist sinnvoller jetzt? Die Trilogie dabei zu haben oder die Nahrungsergänzungsmittel? Naja, was ich auch sehr, sehr cool finde... Also, ich bin Fan von den Lampen in dieser Unterkunft. Das hier ist ein Tisch und eine Lampe gleichzeitig. Und abends, wenn es dunkel ist, ist das so richtig geiles Softlight. Eure Lampen sind auch geil drüben, finde ich. Das sind meine Klamotten... Ja, eigentlich nur meine Klamotten. Ja, ich habe mich fett gemacht am Kleiderständer. Das ist alles, was ich so mitgenommen habe. Da gibt es nicht viel zu zu sagen. Ein Spiegel noch, was geht, Leute? Hallo, hallo. Und dann zeige ich euch mal unser Bad. Und das coolste Feature noch. Oh ja, das stimmt. Ja, das ist unser Bad. Auch sehr coole Lampen. Das ist unsere Tiefelte. Und die Tiefelte gibt es übrigens auch. Genau, das Geile ist, hier gibt es diese Pistolen, die wir alle zu Hause versuchen mit der Happy Poe zu imitieren, wo man sich den Arsch mit sauber machen kann. Weil es ja verboten ist, so etwas in Deutschland anzubauen. Warum? Wegen, aus hygienischen Gründen, wegen dem Rücklauf. Ja, hier steht halt so unser Kosmetik-Kram. Ich habe Dinge dabei, die ich definitiv niemals brauchen werde für den Wertheisen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Dann haben wir hier eine Leiter. Ich finde das voll geil, diese Leiter, wo du einfach dein Kram so drüberhängen kannst. Unsere Regendusche. Und dann, Leute, ist hier eine Tür, die man auch auf und zuschließen kann. Tada! Und da kann man einfach directly in den Pool reinspringen. Das ist nice. Das ist richtig nice. Hello! Hello! Ja, dann zeigen wir euch noch kurz unser Zimmer, der Lisa und mein Zimmer. Das ist übrigens meine Freundin seit neuestem. Hallo! Seit neuestem. Ja, wir haben hier was ähnliches wie Jaco und Kevin. Auch das gleiche Bett. Auch mit Moskito-Dingsen. Sehr wichtig, da wir auch schon viele Moskitos nachts im Bett hatten, die uns gestochen haben. Wir haben auch einen ähnlichen Schrank hier auf jeden Fall, wo wir auch eine Technik-Schublade haben. Wir sind ja auch so ein bisschen auf YouTube am Start. Nee, aber da ist jetzt, keine Ahnung, Drohne und so drin, ja. Backpacking Simon, folgen. Könnt ihr machen, lohnt sich aber ehrlich gesagt nicht so. Ansonsten was? Ein großer, schöner Spiegel. Wo ihr den Kevin seht. Hallo! Hier ein bisschen schön Deko. Leider haben wir keinen großen, kleiner Schrank, aber das reicht jetzt vollkommen. Ja, hier hat sich übrigens die Lisa breit gemacht. Die Lampen fand ich die Jaco noch ganz cool. Komm mal her, Kevin. Was hast du denn? Ja, sowieso, das finde ich die jetzt eigentlich nicht. Das sieht abends voll gemütlich aus, wenn man... Die ist echt cool. Hat er letztens abends reingekommen? Das ist voll schön. Und natürlich das Wichtigste hier in diesem Zimmer befindet sich hier oben. Oh ja! Klima. Hier haben wir noch unser Bad. Ja. Das ist auch sehr schön. Da oben sieht man direkt Warmwasserbeuler. Wasserboiler, auch sehr wichtig. Da ist auch kein Mensch hier. Ja doch, also ich tuche schon sehr gerne warm. Wir haben leider keinen direkten Access zum Pool, aber dafür haben wir eine coolere Dusche, meiner Meinung nach, mit einem Taktus im Background und da oben ist noch so ein Schlitz. Da geht's raus. Da kann man von oben euch ein bisschen bespannen. Auch das ist möglich. Hier kommt sogar Wasser raus. Toilette auch. Natürlich auch mit Arschpistole. Nur leider ist hier das Problem, das wollte ich mal noch genauer zeigen. Hier sind leider die Düsen verkalkt. Und dadurch ist der Druck auf diesen Düsen sehr, sehr stark, was zu unangenehmen Situationen führen kann. Es tut sehr weh, die Benutzung dieses Geräts. Passt du das drauf? Dann, weiß ich nicht, sind wir eigentlich durch, oder? Das Einzige, was man noch sagen könnte, ist, wie viel wir bezahlen. Wir sind nämlich genau einen Monat hier. Und was zahlen wir? 2.000 Euro, also 500 Euro pro Person. Aber wir haben das Ganze nicht direkt über Airbnb gebucht. Wenn man das über Airbnb bucht, wird es, glaube ich, 2.300 Euro kosten oder so. Das ist für diese Villa, finde ich, jetzt vergleichsweise zu Preisen, die wir in Deutschland kennen, sehr günstig. Aber für Bali eigentlich recht teuer. Also ihr kommt hier auf jeden Fall viel billiger weg, wenn ihr billiger wegkommen wollt. Aber wir dachten, wir gönnen uns mal. Ja, und ansonsten, ja, war es das, glaube ich, von oben. Schaut mal beim Simon vorbei. Auf gar keinen Fall vorbeischauen. Wenn ihr Fragen habt, haut es unten rein. Bis dann. Ihr seid süß und klein. So wie Simon. Und fein. Ihr hört einfach nicht auf zu filmen.